Hallo zusammen und willkommen zurück bei K-Mechanics Simulator 2018 und unseren B-U-E-E-K. Ich glaube wir können hier schon mal ein paar Teile wieder reinsetzen, die wir so repariert gekriegt haben. Damit er nicht ganz so nackt hier rumsteht. Achso, wir müssen auch noch Karosseriearbeiten machen. Das machen wir jetzt mal eben fix. Einmal das da hin. Batterie könnte aufgeladen sein. Und dicht dahin. So. Einmal ausgesaugt. Weg mit dir. Und entrustet. So, weg. Mach mal weiter und bringe die Türen an. Windschützscheibe ist klar, die brauchen noch neu. Und das andere dürften wir alles repariert haben. Komischerweise die Rücklichter auch immer. Oh ne, eine Stoßstange hinten brauchen wir. Aber sonst alles Tutti. So. Gut. Zerlegen wir erstmal den Motor und reparieren den. Und dann kümmern wir uns um den Wagen, würde ich sagen. Man muss ja nicht immer die gleiche Vorgehensweise haben. So. Mal gehen zu mir. Papapapapa. Lufteinlass. So. Na. Komm schon. Okay, hier wird es ein bisschen kribbelig. Müssen wir erstmal den Lüfter abbauen. Das Lüfterrad. Und die muss irgendwo noch ein Riebenspanner sein. Jetzt geht's mal den Kompressor los. Na. Wir haben hier irgendeine Klammer da. Das sieht man gar nicht so. Weg damit. Wir hatten ja die Überlegung angestellt, den komplett zu tun. Aber erstmal auseinanderbauen. mal die Teile versucheln. Kannst du sitzen. Lieblingsaufgabe. Wow. Na, warum hast du das denn jetzt gemacht? da sind wir ja nicht so ab damit weckt der schrott los stecken ja noch die kerzen jetzt aber hier gleich die herzen raus na na der gott gehangen das ist ja schon ewig her wo der k-mechanik mir mal abgeschmiert war lange her so hier noch die gucken wir mal das war gleich repariert kriegen und aber lösen steuer gehäuse ja der motor ist ein bisschen aufwendiger war die kurbelwelle müssen wir erst mal einiges lösen lagerdeckel zack so haben wir schon die hälfte draußen so jetzt gucken wir mal so alles reparieren können ich würde sagen dann machen wir uns mal dran und den erst mal auf die karosserie die starachse tank werden aber wir brauchen eine kraftstoffpumpe 178 ps haben wir noch eine unterlagen hier schon sorge achsschenkel haben wir auch zwei hier können wir gleich mal einkaufen diese eine nicht zu berücksichtigen erst mal so noch mal auf die andere seite schreibe haben wir nicht entscheidend verbrauchen wir zweimal mittelschalldämpfer brauchen wir auch zweimal flexrohr aus zweimal gut vorne weiter träger rein plus die lager da wie brauchen wir wieder na komm schon ok spurstand achsschenkel im gelüfteten scheiben haben wir so lager rein laden fertig ist das ist ein brauchen wir noch beide haben wir schon mal gerne dann brauchen wir natürlich noch den stoßdämpfer da können wir ja gleich ein bisschen shoppen gehen so dass unten hatten war brauchen wir die stoßdämpfer das habe ich gemerkt ja und dann kaufen wir jetzt ein so fangen wir an die kraftstoffpumpe kriegen wir natürlich im tuning alles andere gibt es hier so federunterlage ja hinterachse vier vorderachse vier die brauchen wir ja auch für das dom lager zwei vier ein so anschlagpumpe verbrauchen wir nicht gut die standardmäßigen bremsscheiben das war eine ungerade zahl die wir hatten glaube ich so ein schalldämpfer v8 wo ist das ding schon wieder mittel zweimal flex rohr zwei mal der stabi spurstangen zehn kopf auch zehn querlenker oben die stoßdämpfer müssen ja gleich noch pressen das doppel querlenker so damit fangen wir auch an mit den stoßdämpfern und das gleiche noch mal koppelstange 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 vor der achse typ b die stoßdämpfer mit zehn stück nach kaufen und oben noch und querlenker mal greifen schon wirklich nicht so dann gucken wir hier mal hier rüber unser weg je voran kopf dass liegt noch drauf mal in koppelstange wollen wir mal eben den an Stoßdämpfer. So. So. Hier der Stoßdämpfer. Jetzt machen wir erstmal hinten weiter, da wollen wir ja auch noch fertig werden in dieser Folge. Und zwar hier den Tuning-Kraftstofffilter rein, äh Kraftstoffpumpe. Und. Jetzt habe ich hier die Standardentscheidermfer gekauft, ne? Keine Tuning. Äh. Ärgerlich. Egal. 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 Motor Tuning muss reichen. So. Den Längslenker. Ganz vergessen. Jetzt noch die Feder. Und die Unterlage. Wie sieht es aus? Das dürfen wir auch alles haben. Federbügel. Ja. Scheibe. Belege. Wählen dann nur noch die Räder hin. Jawoll. Die dicken Pellen. So. Hier geht's weiter. Festigungsplatte. Und da oben noch die Unterlage drauf. So. Dann Scheibe dran. Dann sind wir hier hinten fertig. Abgesehen von den Rädern. Das ist Felge Kadiff. Okay. Alles klar, Leute. Schmeißen wir noch den Reifen drauf. Oh. Orientieren. Hier den letzten aufziehen. Die gehen ja noch die Reifen. So. Okay, Leute. Ich würde sagen. Das soll's gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und morgen machen wir die Bude fertig, ne? Macht's gut, Leute. Tschüss und ciao, ciao.